Ich habe heute mein Soundpack veröffentlicht und das könnt ihr natürlich gerne downloaden und der hat auf jeden Fall einen schönen Helfer für mich. Dankeschön dafür. So, das ist absolut überfordert. Ihr habt auch hoffentlich auch hier den Kill Sound gehört. Ja, moin. Meine Kisten sind einfach unsichtbar. Was ist denn das für ein Müll? Hä? Wie ist es GG? Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute spielen wir ohne Kisten. Ihr seht, die Kisten sind einfach unsichtbar und ich habe echt keine Ahnung, was das ist, ob das ein Bug ist, ob das... Ich habe echt keine Ahnung. Ohne Witz. Ich war vorher in QSG und dachte mir so, hä? Wieso? Also ich war wirklich in zwei, drei Runden QSG und dachte mir so, wieso zur Hölle? Finde ich, beziehungsweise spawn ich immer da, wo keine Kisten sind. Aber dann ist mir aufgefallen so, hä? In den ganzen Runden sind einfach keine Kisten, beziehungsweise sind Kisten, aber ich sehe die einfach nicht. Ich habe jetzt echt keine Ahnung, an was das liegt. Ich werde wahrscheinlich gleich mein Minecraft mal, ähm, ja, neu starten und das Ganze nochmal testen. Aber wir haben euch ein kleines Thema mitgebracht heute und zwar wird heute im Video, werde ich wahrscheinlich noch so ein extra Video machen, ähm, wird heute mein Soundpack veröffentlicht. Und das könnt ihr natürlich gerne downloaden und der hat auf jeden Fall einen schönen Helfer für mich. Dankeschön dafür. So, das ist absolut überfordert. Ihr habt auch hoffentlich auch hier den Killsound gehört. Ähm, das brauche ich noch und der Rest ist eigentlich unwichtig. Deswegen gehe ich direkt mal zum nächsten. Ähm, zack, 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 zack. Ähm, ja, hi, wie geht es dir so? Dann ist es auf jeden Fall einer. Aber hier wird heute der Download-Ding vom Soundpack, ich sag mal, veröffentlicht und, ja, der kann es auf jeden Fall downloaden. Ist alles kostenlos und du hast, er hat absolut full Deer. Ja, du darfst hier nicht runter. Aber ich will deinen Helm, ich will dich nicht runterboxen. Oder doch? Jo, hau'n sie rein. Tschüss. Und? Oh mein Gott, das hört sich doch toll an, Mensch. So, ich gehe mal hier hoch. Zack, zack, zack. Und ich gehe mal hier rüber. Ähm, ich bin irgendwie der Meinung, da in der Mitte ist einer. Okay. Komm, wir gehen einfach mal hier in die Mitte rüber. Weil wir haben ja hier Fast Vision gelernt. Und Leute, ich kann auch in diesem Video hier sagen, ich habe eine richtig coole Format-Idee vor. Also freut euch auf jeden Fall drauf und wundert euch nicht, wieso jetzt in den nächsten paar Tagen, ich sag mal, nicht jeden Tag ein Video kommt, mach ich ja eh nicht. Weil ich bin so, ich sag mal, ein bisschen inaktiver geworden aus dem Grund, da ich gerade vorproduziere, da ich halt auf die Gamescom gehe und blablabla. Jetzt kommt bestimmt auch später die Frage so, äh, darf man dich auf der Gamescom treffen? Jein, ich habe keine Ahnung, ob ich mich wirklich noch davor zeige. Aber ich werde auf jeden Fall da sein. Deswegen, wenn ihr mich unbedingt erkennt, irgendwie so, ich sag mal, random erkennt, sprecht mich einfach drauf an. So, ich bin kein schlechter Mensch. Wiii, GG, Grüße an dich. Oh, zwei Enderperlen hier gehabt. Ähm, ja. Der ein oder andere Gap liegt hier auch noch. Jo, danke dafür. Jetzt können wir noch eine Rod craften. Das sieht auch gut aus. Hier, Truhen. Einfach, da ist, das ist einfach unsichtbar. Wie macht man das? Oh mein Gott, ich habe echt keine Ahnung. Ich hoffe mal, der Bug behebt sich, wenn ich meine Microsoft irgendwie neu starte. Ist auf jeden Fall, ich denke mal, trotzdem eine relativ lustige Videoidee. Jo, Diggi, ich sehe dich auf jeden Fall nicht so. Oh, bist du im Kopf, äh? Nutella to go? Jo. Er hat einen Soup-Kid. Oh mein Gott. Soup-Pen. Ich würde sagen, wir nehmen hier mal genüsslich die Suppen. Ist delicious. Oh mein Gott, es wird auf jeden Fall witzig. So, wo zeigt unser Kompass? Der zeigt in die Richtung. Bedeutet es, oh, da ist er, da ist er, da ist er. Ist das sogar der Letzte? Ist ja traurig. Oh mein Gott. Hallo? Wie geht's dir? Hey? Kann ich dich sogar mit einer Suppe killen? Lo, es leckt halt absolut rum. Hi. Wir haben gewonnen, wir haben gewonnen. Gigi. Ich würde sagen, wir machen noch eine Runde hinten ran und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich. So, jetzt sind wir noch in einer richtig kurzen Runde Skywars, in einer 8. Runde, aber es sind nur 6 drin, weil ich das letzte Art gemacht habe. Sorry, an der Stelle. Ähm, ja, mal schauen. Ich sehe keine. Hallo? Kiste, 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 Kiste. Hier, oh mein Gott. Perfekt. War natürlich gerade ein bisschen kritisch, aber wir brauchen eh nur ein Schwer, deswegen gehe ich direkt mal zu meinem Gegner. Oh mein Gott, das kann echt witzig werden, so. Ist halt echt irgendwie, ich sag mal, ein bisschen dumm, diese Challenge, aber was würde ich denn machen, wenn ich halt wirklich keine Truhen sehen kann? Deswegen mache ich das trotzdem einfach mal so. Ohne Witz, das war echt nicht geplant. Oder es sollte irgendwie blablabla sein. Auf jeden Fall, man kann jetzt mein Soundpack, ähm, downloaden. Und mich würde es, wie gesagt, freuen, wenn ihr das euch holt. Ist natürlich auch verlinkt, so. Und, oh mein Gott, das dauert wieder lang. Aber ich will hier ein bisschen safe bauen, weil ich will hier nicht wieder, ich sag mal, sinnlos sterben. So haben wir das. Hier haben wir bestimmt auch unten eine Truhe, aber oben müsste auch irgendwo eine sein. Aber ich sehe die nicht. Danke dafür. Hallo, Truhe. Truhe, Truhe, Truhe. Truhe, 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 Truhe. Ich sehe keine Truhe. Oh Mann, ich hasse es. Hier müsste aber wieder eine sein. Hier, nicht hier. Doch, hier. Perfekt. Dann haben wir direkt Diaz. Okay, ja, könnte man mit was anfangen. Ja, aber wir brauchen es nicht unbedingt. Deswegen gehen wir direkt zum nächsten Gegner. Ist da wer? Nö. Ich bin kein Gegner. Danke dafür. Mensch. Hier ist jemand. Hier ist einfach jemand disconnected. Okay. Grüß an dich. Ähm. Oh mein Gott. Was ist denn bei den Leuten schief hier? Mensch. Ich wollte hier nur ein Diaz-Schwert und hier noch eine Rot machen. Aber der Typ, der disconnected, beziehungsweise war davor schon disconnected. Schau mal, ich habe hier sogar. Oh, da ist der nächste Gegner. Mensch. Muss ich auch noch in die Mitte laufen. Nein. Gott. Ach, was man nicht alles tut so. Nur damit man die Runde gewinnt. Zack, zack, zack. Ich weiß gar nicht, ob ich mich in die Mitte werfen soll oder nicht, weil ich wäre halt schneller in die Mitte und ich könnte an sich auch runterboxen. Und im 1 vs. 1 hätte ich bestimmt auch eine Chance. Ja, komm, wir bauen uns einfach mal so. Wir haben, ich hoffe mal, wir haben noch genug Blöcke. Ja, sollte reichen so. Aber wird knapp. Egal, ich baue mich mal schneller. Er ist voldier. Er würde mich so killen im 1 vs. 1. Oh Mann, das kann echt witzig werden. Komm, leg doch, da liegt, da liegt eine Diabrust. Weil wenn ich hier runterfalle, die aufhebe und ihn kille. Lol, es hat sogar geklappt. So relativ gut. Runtergefallen. Und dann halt den Hanisch angezogen, direkt auf den hier gegangen. Joa, lässt sich sehen. Wir haben sogar noch zwei Enderperlen. Dank ihm. Aber wir haben, achso, hier sind ja Kisten noch irgendwo drin. Ähm, besseren Helm. Danke dafür. Oh mein Gott, das sieht so dumm aus. Einfach hier ins Leere. Zu greifen. Ähm, ja, lässt sich trotzdem gut sehen, so. Es leben noch drei Gegner. Okay, ja, die werden wir auch noch killen. Glaube ich zumindest. Erstmal hier schneller hochbauen, so. Danke dafür. Ich werde so verfehlen. Oh mein Gott, so viel Lack hatte ich ja lange nicht mehr. Oh mein Gott. Nein, weiter runter. So. Hier kann ich das hin. Shit. Nein. Hier drauf. Ich muss hier drauf. Oh mein Gott, es hat geklappt. Oh mein Gott. Ich baue mich mal hier hoch. War auf jeden Fall ein bisschen knapp so. Aber lässt sich sehen. Aber lässt sich sehen. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh, absolut rot. Oh mein Gott, das gibt's. Das waren sogar die letzten zwei. Oh mein Gott. Leute, ich hoffe, ich hatte die ganze Aufnahme gefallen. Die zwei Runden. Am Ende ein bisschen chaotisch und relativ schnell vorbei. Aber lasst den Puls und die Werte da, wenn es euch gefallen hat. Und dann haut rein. Euer Bano. Bis zum nächsten Video. Tschüss. 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 Vielen Dank.